Die Zyperns wahre Seele Erfahren sie von den Tugenden und Lastern der Tempelritter, von der unsterblich verliebten Königin, die noch immer in den Ruinen umherirrt, dem beeindruckenden Wächter, der sich nach ihrer Liebe verzehrt, von berüchtigten Banditen und tapferen Soldaten, die das Land durchstreifen, von den Kobolden, die auf den Dächern herumtrampeln und Leckerbissen fordern. Hier, wo jeder Fels, jeder Fluss, jedes Dorf und jede Brücke eine Geschichte zu erzählen hat, wo die Menschen das Leben lieben und jedem durchreisenden Herz und Haus öffnen. Erlerne traditionelles Handwerk und werde selbst kreativ. Erleben. Schmecken. Entspannen. Erkunde verborgene Orte. Atme durch. Wagen Sie sich in das Herzland der Insel. Folgen Sie den Pfaden fesselnder Legenden und werden Sie Ihre eigene Geschichte. Kommen Sie. Entdecken Sie das wahre Zypern. Den Ursprung der Legenden. Das war ich. Untertitelung des ZDF, 2020